Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem speziellen Thema heute Morgen, die grüne Welle kritisch hinterfragt. Das Thema ist sehr aktuell, und zwar, weil man ja festgestellt hat, dass in jüngerer Vergangenheit die Grünen an so vielen Orten enorme Fortschritte gemacht haben in ihrem Einfluss und es ist so eine richtige grüne Welle entstanden. Und man muss eben diese Welle hinterfragen, kritisch hinterfragen. Kritik hat ja sehr viel zu tun mit der Denkweise der Grünen. Wenn man die Grünen anschaut, so muss man sagen, sie kritisieren alles. Und sie sagen, alles ist relativ, nichts ist absolut und alles muss hinterfragt und kritisiert werden. Aber was nicht so geschätzt wird, ist, wenn man die Dogmen der Grünen kritisiert. Das ist eine Ausnahme. Aber gerade das wollen wir heute machen. Und wenn ich eben von den Grünen spreche, von den grünen Liberalen, dann spreche ich nicht von den Einzelpersonen. Da gibt es ganz verschiedene Leute, die mit dabei sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber es geht mir ganz speziell um die Welle der Grünen. Es geht mir um die Ideologie der Grünen, die wir kritisch hinterfragen. Es geht also nicht darum, einzelne Menschen anzugreifen und fertig zu machen, sondern es geht darum, eine Ideologie kritisch zu hinterfragen. Frage. Was ist der Unterschied zwischen Melonen und den Grünen? Keiner. Beide sind außen grün und innen rot. Und das ist ganz wichtig. Die Grundlagen der Grünen, die ideologischen Grundlagen der Grünen sind zwei Dinge. Neomarxismus und neuheitliche Naturwüstung. Das muss man sich einmal merken. Die Welle der Grünen geht zurück in ihre Ursprünge 1960er Jahre. Das war die Zeit, als immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft sich der Problematik der Umweltverschmutzung bewusst wurden. Früher hat man immer gedacht, Wissenschaft und Technik und Fortschritt, das ist alles nur positiv und ein gewaltiger Fortschritt. Aber da kamen Zweifel auf. Wenn man an all diese Auswüchse und Nebeneffekte dachte. Umweltverschmutzung wurde immer mehr als ein großes Problem wahrgenommen. Aber ganz wichtig. Lange vor Entstehung der Grünen als Partei gab es Gruppen, die sich für Umweltschutz einsetzten. Man kann also nicht sagen, man muss grün sein, um ein Umweltschützer zu sein. Oder die Grünen seien es, die diese Problematik erkannt hätten. Nein, das haben viele andere auch erkannt und sogar noch vor ihnen. Aber es ist so, aus dieser Wahrnehmung der Umweltschutz, Umweltverschmutzungsproblematik und aus dem Anliegen des Umweltschutzes heraus entstand eben die politische Bewegung der Grünen. Und da waren am Anfang viele mit dabei, die hatten wirklich einfach ein Anliegen für die Natur, für die Umwelt und so weiter. Und für das Wohl der kommenden Generationen. Aber mehr und mehr, ich spreche jetzt nicht nur von der Schweiz, sondern ich spreche auch von Deutschland, oder gerade von Deutschland, mehr und mehr wurde diese Bewegung übernommen durch marxistische, neomarxistische und kommunistische Programmmacher. Nun, um für Umweltschutz zu sein, muss man nicht ein Grüner sein, sondern da hätte es auch schon gereicht, wenn man sich mit der Bibel auseinandersetzt. Zum Beispiel in Offenbarung 11, Vers 18. Im Zusammenhang geht es ja um das kommende Gericht Gottes über diese Welt. Da wird ein Grund, nebst vielen anderen, aufgezählt, warum Gott ein Problem mit uns Menschen hat. Mit unserer Welt. Und ein Problem ist, dass Menschen die Erde zerstören. Denn dort, in Offenbarung 11, Vers 18 heißt es, Und die zu verderben, welche die Erde verderben. Also Gott ist gegen die Zerstörung der Natur. Das lehrt die Bibel. Aber das ist, das Buch der Offenbarung, rund 2000 Jahre alt. Und da müssen wir, wenn wir über das Thema Bibel und Umweltschutz nachdenken, unbedingt auch 1. Mose 1, 28. Also auf der ersten Seite der Bibel, zu Rate ziehen. Gott erschuf die ersten Menschen, und da lesen wir, Und Gott segelte sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar, und mehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres, und über die Vögel des Himmels, und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Hier finden wir einen Kulturauftrag, den Gott den Menschen gegeben hat. Und zwar beinhaltet das, die Erde untertan zu machen, und über die Natur zu herrschen. Also der Mensch wurde eingesetzt wie ein König, um über die Natur zu regieren. Aber ein guter König ist nicht einer, der sein Volk zerstört, sondern einer, der sein Volk pflegt, wie ein Hirte seine Herde pflegt. Ja, darum ist der ideale König in der Bibel, zum Beispiel König David, der ein Schafhirte war. Und eben nicht Nimrod, der Gründer von Babylon, der ein Jäger war. Das ist das Ideal des Diktators. Aber das biblische, göttliche Ideal, einer, der sich eben kümmert um die, die ihm anvertraut sind. Und so sollte der Mensch von Anfang an mit dieser Schöpfung intelligent, weise, mit Umsicht umgehen. Und wenn wir über Bibel- und Umweltschutz sprechen, dann könnten wir auch noch das Thema Bibel- und Tierschutz heranziehen. Denn das ist ja auch für die Grünen sehr wichtig. Tierschutz. In Sprüche 12, Vers 10 lesen wir, Der Gerechte kümmert sich um das Leben seines Viehs. Aber das Herz der Gesetzlosen ist grausam. Nun, da sehen wir, es ist völlig selbstverständlich, dass der Gottesfürchtige ein Anliegen hat für Tiere und mit Tieren liebevoll umgeht. Wir sind in unserer Kultur das sehr gewöhnt. Ja, wir haben von Kind auf wahrscheinlich gelernt, Quelle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Oder was auch immer. Das ist für uns sehr selbstverständlich. Aber in anderen Kulturen kann das ganz anders aussehen. Zum Beispiel ist man erstaunt, in Thailand zu sehen, wie Kinder in einer buddhistischen Kultur, in der eigentlich das Thema Leiden sehr wichtig sein müsste, aber mit Tieren so gedankenlos umgehen, damit spielen und ihren Spaß haben und dabei leiden die Tiere. Meine Tochter, die ein Projekt in Thailand hat, ein missionarisches, hat versucht, den Kindern dort beizubringen, was die Bibel lehrt über den Umgang mit Tieren. Und sie hat ihnen eine ganze Reihe von Bibelstellen vorgestellt zu diesem Thema, unter anderem auch Sprüche 12, Vers 10. Der Gerechte kümmert sich um das Leben seines Viehs, aber das Herz der Gesetzlosen ist grausam. Ich habe sie danach gefragt, und wie haben sie reagiert? Sie haben einfach geschwiegen. Das ist so die Art, die man erleben kann, gerade im asiatischen Raum, wenn man beschämt ist, dann sagt man einfach nichts mehr. Gut, das kennen wir auch. Aber es war jetzt einfach sehr auffällig, sie sagt ihnen das, niemand kommt und sagt, oh, das ist also ganz anders, als was wir immer gemacht haben. Nein, einfach schweigen. Aber eben, manchmal braucht es Ruhe, um darüber nachzudenken. Ein wunderbarer Vers aus der Bibel. Letzte Worte von König David. Und er sagt in 2. Samuel 23, 3-4, es hat gesprochen der Gott Israels. Der Fels Israels zu mir geredet. Ein Herrscher unter Menschen, gerecht. Ein Herrscher in Gottes Furcht. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanze nach dem Regen spross das Grün aus der Erde. König David spricht über den kommenden Messias. Den verheißenen Retter der Welt. Der einmal kommen sollte, um alles neu zu machen, Ordnung und Frieden in unser Chaos hineinzubringen. Ich habe das hier dargestellt, in einem Zeitschema. Hier symbolisch die Wiederkunft von Jesus Christus, dem Messias, auf dem Ölberg nach Zachariah 14, um dann sein Königreich von Gerechtigkeit und Frieden hier auf der Erde aufzurichten. Nun, wie wird das hier beschrieben, dieses Kommen? Es wird eine Zeit sein, die hier verglichen wird wie ein Sonnenaufgang. Er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Über dem Ölberg geht jeden Morgen die Sonne am Morgen auf und bringt das Licht in die Stadt Jerusalem hinein. Und so wird der Messias auf dem Ölberg kommen, hier auf der Erde erscheinen. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, sagt Zachariah 14. Und diese Zeit, die dann folgen wird, wird beschrieben als ein Morgen ohne Wolken. Wer das bewusst schon so erlebt hat, am Morgen geht man raus aus dem Haus, öffnet die Türe und der Himmel ist blau. Aber wo man hinschaut, wirklich blau. Keine einzige Wolke. Ein Morgen ohne Wolken. Das ist etwas ganz Besonderes. Und so wird diese kommende Zeit beschrieben. Und weiter, von ihrem Glanz nach dem Regen spross das Grün aus der Erde. Eine grüne Zukunft wird kommen. Aber wirklich, nicht nur einfach grün, sondern hier wird gesagt, von ihrem Glanz nach dem Regen. Wer hat das nicht schon erlebt, dass nach einem Regen das Grün der Pflanzenwelt noch grüner erschien als zuvor. Und was ich natürlich noch mehr liebe, ist in den Regenwäldern. Dieses saftige Grün, da kommt selbst unser Grün hier in der Schweiz nicht mehr zum Zug. Zum Beispiel Kolumbien. Es ist ganz ungewöhnlich. Dieses kräftige Grün der Regenwälder, das ist fantastisch. Und hier wird eine Zukunft in der Bibel vorausgesagt, die wirklich grün sein wird. Von ihrem Glanze nach dem Regen spross das Grün aus der Erde. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch hinweisen auf die Prophetie von Jesaja 35. Ab Vers 1. Auch für diese Zeit, wenn Jesus Christus, der Messias, kommen wird, um eine grüne Zukunft in diese Welt zu bringen, die Wüste und das dürre Land werden sich freuen. Und die Steppe wird verlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken. Ja, frohlockend und jubelnd. Und die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Und natürlich ist gemeint der Libanon von damals, nicht von heute. Der Libanon hat das nur noch in seinem Wappen, die schöne Zeder. Aber wenn man Zedern sehen will im Libanon, ja, dann muss man auf den höchsten Punkt gehen des Libanongebirges. Man ist dann schon ein bisschen zu hoch. Dann noch ein bisschen runter und da gibt es ein Wäldchen, wo noch Zedern zu finden sind. Und ich musste Eintritt bezahlen. Na. Ein Land, das früher voll war von Zedern. Jetzt muss man Eintritt bezahlen, damit man in den Zedernwald kann. Aber eben hier wird verglichen, in der Zeit von Jesaja, da war Libanon. Der Libanon, noch dieses grüne Land. Und die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Und dann die Pracht des Karmel und Charons. Der Karmel ist heute noch grün. Voll von Bäumen. Und ich liebe dort ganz besonders diese besondere Eichenart, die man dort in großen Mengen sehen. Die machen alles so wunderbar grün. also wieder Karmel und dann Charon. Das ist diese fruchtbare Ebene in Nordisrael entlang des Mittelmeeres. Und auch die wird hier als Vergleich gegeben. Eine grüne Zukunft. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und befestigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, welche zaghaften Herzens sind. Seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt. Die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Gott kommt und rettet diese Welt. Nicht die Grünen. Gott kommt und wird diese Welt retten, so, dass sie aber eine grüne Welt werden wird. Und wenn man denkt, die Wüste und das Dürre Land werden sich freuen. Was nützt uns die Sahara, so wie sie heute ist? Ein riesiges Gebiet und darin viele arabische große Länder, aber alles Wüste. Wenn das aufblühen würde, das wäre fantastisch, nicht wahr? Oder denken wir an die Wüste Gobi. Was nützt dieses Land, wenn es so einfach kaputt ist? Aber wenn das aufblüht, ja, es sorgen sich viele um die Regenwälder, die zurückgehen, aber ich sorge mich auch um die Wüste, die übrigens auch wächst, aber sie wird grün werden. Also die Bibel lehrt eine grüne Zukunft, aber das Jahrtausende bevor die Grünen kamen. Und weiter, er selbst kommt und wird euch retten, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen die Zunge der Stummen. Das wird die Zeit sein, in der Gott auch Krankheit abschafft. Das ist noch nicht jetzt. Jetzt ist noch nicht die Zeit. und die Wunder von Jesus Christus, die Heilungswunder, die waren ein Vorgeschmack. Darum werden sie auch in Hebräerbrief Kapitel 6 genannt, die Wunder des zukünftigen Zeitalters. Diese Wunder sollten nicht zeigen, jetzt ist die Zeit, in der alle Menschen gesund werden können, aber die Zeit wird kommen, wenn der Messias ein zweites Mal erscheinen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und dann heißt es weiter, denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe und die Kimmung wird zum Teich. Die Kimmung, das ist die Fata Morgana. Und man meint, da, Wasser in der Wüste. Aber das, was Einbildung ist, und es gibt sehr viel grüne Einbildung heute, aber das wird dann Realität werden. Die Kimmung wird zum Teich und das dürre Land zu Wasser. Quellen an der Wohnstätte der Schakale, wo sie lagern, wird Gras nebst Rohr und Binse sein. Das ist eine Botschaft für die Welt und auch für Greta. Für alle. Das stellt uns die Bibel vor. Und nochmals, 2. Samuel 23, von ihrem Glanz nach dem Regen spross das Grün aus der Erde. So viel zunächst zum Thema die grüne Zukunft nach der Bibel. Jetzt schauen wir uns die Grundlagen der grünen Ideologie an. Was auffällt ist, in ihrer Propaganda spielt moralische Überlegenheit eine ganz wesentliche Rolle. Sie sprechen gerne gerne von mehr Demokratie, mehr Gerechtigkeit, mehr Menschlichkeit. Manche könnten manchmal ganz beschämt sein vor dieser Menge von Gerechtigkeit und wenn man in sein eigenes Leben schaut, aber wir betonen, mehr Demokratie, mehr Gerechtigkeit, mehr Menschlichkeit und es werden Waffen eingesetzt, um ihre politischen Ziele erfolgreich durchzusetzen. das Thema Umweltschutz, das eben nicht von ihnen kreiert wurde, das benutzen sie, um ihre politische Agenda zu fördern. Dann zweitens das Thema Feminismus. Die Frau, die zu ihren Rechten kommen sollte, mehr Gerechtigkeit und mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft erfahren soll. Also die ganze Ideologie des Feminismus wird eingesetzt als Waffe und dann weiter die homosexuellen Bewegung. Das ist auch ein ganz wichtiges Mittel, um ihre Agenda voranzubringen. Und dann ist weiter zu erwähnen, die Friedensbewegung, die auch nicht von ihnen erfunden worden ist, wird auch benutzt, um ihre Agenda voranzubringen. Und ich ernst gegen Umweltschutz. Wer ist im Ernst dagegen, dass man Frauen die ihnen gebührende Ehre und Würde gibt? Und wer ist gegen Frieden? Wer findet Krieg etwas Wunderbares? Das sind ja ganz üble. Aber die meisten würden doch sagen, was wir wollen ist Frieden, natürlich. Aber eine weitere Waffe ist ihre Forderung auf Recht in Bezug auf Abtreibung. Und ich habe Recht natürlich in Schlussstrichen gesetzt. Wie? Hier merkt man den inneren totalen Widerspruch. Die Unlogik der ganzen Ideologie. Während gefordert wird, mehr Gerechtigkeit, mehr Menschlichkeit, werden die Schwächsten in unserer Gesellschaft einfach dem Tod übergeben. Und nicht nur einfach so, sondern man fordert das Recht auf Abtreibung. Man will Abtreibung fördern und wehe die, die betonen das Recht auf Leben, die sich für Lebensschutz einsetzen, das sind Feindbilder. Ja, wie geht das? Eben, das geht gar nicht. Da zeigt sich der innere Widerspruch. Man kann nicht sagen, mehr Menschlichkeit und man ist für Abtreibung. Man bedenke, seit 1973, als die Liberalisierung der Abtreibung in den USA begann und danach in einem Land nach dem anderen in Europa. 1973 bis heute über eine Milliarde Babys sind weltweit abgetrieben worden. So etwas hat es in der ganzen Geschichte noch nie gegeben. Wie kann man angesichts von mehr als einer Milliarde Toten Menschen, die getötet wurden, sprechen von mehr Gerechtigkeit, mehr Menschlichkeit. Das zeigt, es geht nicht um diese Dinge. Da steckt ein ganz anderes Gedankengebäude dahinter. Und das gilt es eben aufzudecken. Und weiter geht es heute mit der Gender-Ideologie. Dass also ein Junge, den man ganz klar nach der Geburt identifiziert hat als Junge, so geht das bei einer normalen Geburt. Das Baby kommt heraus, ein emotionaler Moment, den vergisst man das ganze Leben nicht mehr und dann sagt man ein Junge oder im anderen Fall ein Mädchen. Nein, das hat nichts zu tun mit dem, ob jemand nun als Frau durchs Leben geht oder als Mann durchs Leben geht. Das ist eine Entscheidung, das ist ein soziales Konstrukt. und diese Genderideologie, die also mit Wissenschaft gar nichts mehr am Hut hat, das ist eine anti-wissenschaftliche Ideologie, aber gerade eine Partei, die sehr betont, dass sie wissenschaftsabgestützt sind, verrät damit mit dieser Unwissenschaftlichkeit, oh, da muss etwas ganz anderes dahinter sein. Warum brauchen die diese Waffe der Genderideologie? Aber wir kommen darauf zurück, das soll nur so eine Übersicht mal sein. Wir wollen die Wurzeln betrachten. Woher kommt das Ganze? Nun, man kann sagen, die Grünen, die Grünliberalen und ihre Anhänger sind Kinder der 68er Revolution. Und die 68er Revolution, damals Studentenrevolution, Millionen von jungen Menschen gingen auf die Straße und demonstrierten für eine neue Welt. Diese Revolution war im Grunde genommen eine Vielzahl von Revolutionen in einem. Mindestens vier Revolutionen, man kann noch mehr unterscheiden, aber mindestens vier sollten wir uns vor Augen halten. Es war eine sexuelle Revolution. die mit der Sexualmoral der Vergangenheit abrechnen wollte und auch brechen wollte. Es war zweitens eine feministische Revolution, in der nicht nur die Wertegleichheit der Frau vorgestellt wurde, sondern sogar die Überlegenheit des Weiblichen. Wo ist denn da die Gleichheit und die Gerechtigkeit, wenn plötzlich doch wieder jemand mehr ist als der andere. Gut, das würden auch nicht alle so sagen, aber es war eine feministische Revolution, drittens eine religiöse Revolution, die sich gegen das Christentum wendete und neu Hinduismus, Buddhismus und so weiter entdeckte. Und es war weiter eine Drogenrevolution. Seit dieser Revolution haben wir das Drogenproblem, das unsere Gesellschaft so bedroht und niemand hat mehr in der Politik eine vernünftige Lösung. Das Vernünftigste, was man heute vorschlägt, ist, man liberalisiert es, weil man nicht dagegen kämpfen kann. Wie bitte? Das ist ja die totale Kapitulation vor einem Problem. Aber eben, auch diese Revolution hat ihre Wurzel und geht noch weiter zurück. Und da ist zu nennen Karl Marx. 1818 bis 1883. Karl Marx, ein Deutscher, jüdische Abstammung. Sein Vater trat in die evangelische Kirche über. Aber man muss sagen, Marx hat auf beiden Linien, Mutter- und Vaterlinie, eine ganz interessante Abstammung von Rabbinern bis in die Zeit etwa 16. Jahrhundert. Und so haben wir bei ihm eine Mischung von jüdischen Wurzeln und eben christlichem Gedankengut durch den Übertritt in die evangelische Kirche. Sein Abitur Aufsatz ist interessant. Also in der Schweiz sagt man Matura, aber es ist dasselbe. Sein Abitur Aufsatz hatte den Titel die Verbindung des Gläubigen mit Christus. Eine Abhandlung über Johannes 15. Das Gleichnis vom wahren Weinstock. Unglaublich. wie der schön schreiben kann über den christlichen Glauben. Aber in seiner Studentenzeit hat er einen Bruch mit Gott vollzogen. Und später wurde er der Vater des Marxismus. Und seine Geschichtssicht ist vereinfacht dargestellt etwa Folgendes. Am Anfang gab es ein Urparadies der Menschheit. Es war ein sozialistisches Paradies. Allen Menschen gehörte alles zusammen, gemeinsam. Niemand sagte, das gehört mir. Aber der Sündenfall sei eingetreten, als ein Mann von einer anderen Frau gesagt hatte, das ist meine Frau. So, die hatten also alles gemeinsam. So, nach seiner Vorstellung. Und das war ein Bruch. Und dadurch hat der Mann Macht bekommen über die Frau. Und so ist in diese Welt hineingekommen ein neues System. Der Stärkere beherrscht den Schwächeren. Natürlich die Schwächeren sind dann aufgestanden in einer Revolution, aber die selber sind dann die Starken geworden und die Schwächeren haben sich wieder gegen sie erhoben. Und so sieht er die ganze weitere Geschichte als eine Geschichte von Revolutionen. Und in seiner Zeit dachte er kommt es zur letzten großen Revolution. Die Schwächeren das sind die Proletarier in der industrialisierten Gesellschaft, in der Fabrik, die armen Leute, die einfach ausgenutzt werden von diesen reichen und luxus süchtigen Fabrik besitzen. Und das Proletariat muss aufstehen und diese Schicht stürzen und dann die sozialistische Herrschaft aufrichten, die ein Übergang sein soll als Regierung, bis es dann gar keine Regierung mehr gibt, sondern schließlich ein sozialistisches Paradies, in dem wieder alles allen gehört. Und auch da wird es die Ehe nicht mehr geben. Oh, sieht man, woher kommt das, dass die Grünen so eine Ablehnung haben gegen die Ehe? Ich meine, die Ehe von Mann und Frau, nicht die Ehe von Mann und Mann, da haben sie nichts dagegen, aber die Ehe von Mann und Frau, ja, das ist schon bei Marx quasi ein schwarzer Tupfer. Er geht davon aus, am Anfang gab es keine Ehe, das war eben gerade die Folge des sozialistischen Sündenfalls. Aber wenn man sich das so überlegt, dann merkt man, das ist ja erstaunlich, die Parallelen zur Bibel. Die Bibel spricht auch davon, dass die Menschheit am Anfang ein Paradies kannte und dass es dann zu einem Sündenfall gekommen ist, aber durch den Bruch der Gebote Gottes und dass dann eben die Welt schwierig wurde mit Leid und Kriegen, jawohl, das lehrt die Bibel auch und am Schluss wird es aber einen wunderbaren Endzustand geben, der sogar grün sein wird, wie wir erfahren haben, das tausendjährige Friedensreich des Messias Jesus nach Offenbarung 20 und vielen anderen Stellen. Also unglaublich diese Parallelen. Und jetzt merkt man, woher hat Marx diese Ideen? Die kommen aus der Bibel. Aus dem Judentum und aus dem Christentum. Das Alte und Neue Testament lehrt das. Aber er hat sich völlig von Gott abgewandt und hat diese Ideen einfach geraubt und vollkommen pervertiert, verdreht. Und immer, wenn man biblische Wahrheiten verdreht, dann wird es gefährlich. Das haben wir auch gesehen in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Sobald die Bibel verdreht wurde, wurde es schlimm auf Erden. Nun, die Grünen würden abwinken, wenn man von Karl Marx spricht. Warum? Das ist Schnee von gestern. Und trotzdem ist das ihr Vater. Ihr Übervater. Ihr Urvater. Aber einfach ein bisschen verändert. Nicht wahr? Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Frankfurter Schule gegründet. Ein Institut für Sozialforschung, das der Universität von Frankfurt angeschlossen war. Wichtige Leute waren von Marx Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Und diese Leute haben gesagt, also Marx hat sich schon geirrt. Denn seine Gesicht war eigentlich schon in seiner Zeit nicht richtig. Und die Dinge haben sich ganz anders entwickelt. Und als man da gesehen hat, gerade um 1923, oh, was geschieht jetzt in Russland? Der Sozialismus kommt zur Macht, aber was geschieht da? Ein Unrechtssystem, wie die Sowjetunion eines war, wurde aufgebaut. Und so sahen sie es auch nicht. Und dann ein paar Jahre später kam der Nationalsozialismus in Deutschland. Deutschland. Und das hätte auch anders kommen sollen nach dem Geschichtsschema von Karl Marx. Also irgendwie Marx funktioniert gar nicht. Der ist so nicht brauchbar. Aber sie sagten sich, wir müssen ihn neu interpretieren. Und zwar müssen wir ihn noch mit der Psychologie von Sigmund Freud vermischen. Und daraus entstand der Neomarxismus. Neo heißt neu, der Neomarxismus. Und das habe ich am Anfang gesagt, das ist eine ganz wesentliche Wurzel der Grünen. Zuerst der Marxismus, aber dann eben in seiner Neu Interpretation Neomarxismus. Und da finden wir die Väter und Mütter der 68er Erwägung. Die haben das geplant. Hier sieht man zum Beispiel Herbert Marcuse 1898 bis 1979. Er war jüdischer Abstammung, musste vor den Nazis fliehen, er ging in die USA. Und dort konnte er seine schädliche Arbeit weiterführen. Er sagte, er lehrte, der Mensch soll von allen Zwängen befreit werden. Das ist für ihn das Wichtigste. Und zwar geht es ihm nicht um die Fabrikbesitzer und die Proletarier. Nein, die Proletarier. Die armen Fabrikarbeiter, die gibt es ja auch nicht mehr wirklich. Die Gewerkschaften haben sich eingesetzt, die haben soziale Absicherung bekommen und so weiter. Vielen geht es eigentlich so schlecht auch wieder nicht. Ja, also diesen Leuten der Frankfurter Schule wurde klar, das sind nicht die Leute, die kann man gar nicht brauchen als Revolutionäre. Die sind schon viel zu verdorben als Revolutionäre, die kann man gar nicht mehr brauchen. Die muss man ganz woanders suchen. Aber eben zum Beispiel die Zwänge, die es gibt in der Familie, dort muss man ansetzen. Und wer ist der Schlimmste? Der Vater. Der Mann. Und das gehört zu dem Kennzeichen des 20. Jahrhunderts in unserer westlichen Kultur. Der Mann wird als der Böse abgestempelt. Es entwickelt sich eine Art Vaterhass. Wie man das aus der Psychologie von Freud ja gut kennt. Mit dem Oedipus Komplex. Das Thema Vaterhass spielt eine ganz wichtige Rolle. Nun, Herbert Marcuse sagte, das Ziel von allem sei, dass am Schluss eine total erotisierte Spaßgesellschaft entstehen würde. So, jetzt verstehen Sie, wenn die Grünen reden von homosexuellen Bewegung, Genderbewegung und die Kinder sollen bereits ab dem Kindergarten, wenn nicht schon früher, sexualisiert werden. Das sind genau diese Ideen, diese Gedanken. Und aus dieser Sicht wurden dann später in den 60er Jahren folgende Leute gesehen als Revolutionäre. Nicht die Fabrikarbeiter, sondern die Hippies und dann auch die Befreiungsbewegungen der dritten Welt und die Feministinnen. Herbert Marcuse wurde so eine Leitfigur der 68er und bei ihm spielt eine wichtige Rolle der Kinsey Report von 1948 von Alfred Kinsey. Und zwar hat Herbert Marcuse insbesondere die sexuelle Revolution ausgelöst und Kinsey hatte einen Report gemacht über Sexualität in der Gesellschaft und er sagte in dieser Gesellschaft tut man so wie wenn man so sexuell rein leben würde in Wirklichkeit die Leute tun alles Mögliche einfach im Versteckten. Und er hat also mit Leuten Interviews gehabt und gezeigt wie diese Leute pervers denken welche üblen Fantasien sie auf diesem Gebiet haben und dieser Report sollte zeigen das ist völlig normal das haben alle nur muss geklärt werden er hat nicht einfach im allgemeinen übliche Leute aus der Gesellschaft befragt sondern gerade Leute die im Knast geendet haben also Leute die die am Rand der Gesellschaft waren und hat deren Erfahrung hingestellt als wäre das so quasi das normale in der Gesellschaft und das hat einen Damm Bruch ausgelöst wenn jemand so als Versuchung irgendwelche Fantasien hatte könnte er sagen ach so das haben ja alle nur tun sie immer so als würden sie darüber stehen aber in Wirklichkeit im Verborgenen wird ja alles mögliche ausgelebt und das war natürlich ein Betrug dieser Kinsey Report aber der hat ausgelöst dass es wirklich in der Tat zu einem Dammbruch auf diesem Gebiet kam das ist Verführung dass dieser Report das war wirklich eine Schlange eine weitere Person die wichtig ist Simone de Beauvoir sie ist die Mutter der feministischen Revolution in den 68er Jahren und auch der sexuellen Revolution diese Frau lebte in einer Dreiecksbeziehung da merkt man auch wieder Auflösung von Ehe und Familie und einer in diesem Dreieck war der Philosoph Jean-Paul Sartre den manche vielleicht noch von der Schule her kennen er ist bekannt geworden als Philosoph der Sinnlosigkeit das Leben ist sinnlos ja aber das zeigt ein bisschen in welchem Umfeld von Gedanken diese Frau lebte und sich wohlfühlte Simone de Beauvoir sagte die Ehe sei eine Einengung merkt man wieder alles was irgendwie nach Herrschaft nach Autorität tönt das wird verworfen abgelehnt Ehe sei Einengung und sie war pro Homosexualität aber man muss sich natürlich vorstellen das war zu einer Zeit als diese Dinge in der Gesellschaft völlig anders gesehen wurden als heute bei den meisten bis in die 1930er Jahren war ja nach Schweizer Gesetz Homosexualität strafbar mit Gefängnis das ist noch nicht so lange her ja und heute muss man aufpassen dass man nicht ins Gefängnis kommt wenn man sich anders positioniert als die Masse ja wer nicht mit dem Zeitgeist mitgeht der wird kriminalisiert heute und sie bekannte sich öffentlich dazu abgetrieben zu haben das klingt nicht mehr so spektakulär heute aber damals war es die Abtreibung stand unter Strafe und diese Frau äußert sich und durch dieses sich outen hat sie auch einen Dammbruch ausgelöst ah die macht das auch wie viele Dinge tun wir Menschen weil wir denken der oder die macht das ja auch so wenig eigene Überzeugung das zeigt wie man beeinflusst ist von den Meinungen der anderen und sie hat dieses Feindbild ausgelöst mit den drei K's Kinder Küche Kirche weiter ist zu nennen Hermann Hesse er ist der Vater der Drogen und Religionsrevolution Hermann Hesse wurde geboren in einem gläubigen Elternhaus die Eltern waren Missionare in Indien aber aus der Mission wieder heimgekehrt hier sieht man Hesse's Geburtshaus in Kalb Deutschland er war ein ganz schwieriges Kind den Eltern ungehorsam gut das sind ja alle Kinder da muss man sie erziehen und ihnen Linien Leitlinien aufzeigen aber eher ganz ganz schwierig kaum zu erziehen also die Mutter die kam überhaupt nicht zurecht mit dem Hermann und das hat sich nicht irgendwie später beruhigt nicht wahr wenn die Adoleszenz vorbei ist plötzlich tritt bei den meisten so eine Beruhigung ein und man sieht viele Dinge wieder anders plötzlich werden die Eltern intelligent und noch ein paar Jahre früher waren sie so dumm und wussten nichts ja aber bei Hesse ging das chaotische weiter ein Leben mit Frauen Drogen Alkohol er hat dieses Buch geschrieben oder Büchlein Siddhartha das haben manche vielleicht noch in der Schule gelesen das ist nichts anderes als eine Verherrlichung von Buddhismus und Hinduismus also er drehte völlig in die andere Richtung während die Eltern eben Missionare waren in Indien hat er richtig Reklame gemacht für Buddhismus und Hinduismus und darum war dieses Büchlein so wichtig in den 60er Jahren für Jugendliche die plötzlich begannen den Buddhismus und den Hinduismus zu entdecken aber man muss sagen die meisten hatten überhaupt keine Ahnung was Buddhismus wirklich ist und Hinduismus kommt dazu wenn man in solchen Ländern ist staunt man wie viel wie wenig die Leute die Buddhisten sind zum Beispiel wirklich über Religion wissen also unglaublich diese diese Unwissenheit über die eigene Religion kann man mal ausprobieren man muss nach Kambodscha gehen oder Thailand oder wo auch immer und die Leute fragen was ist das Nirvana ja das ist der Himmel ja aber Nirvana was ist das und man bekommt alle möglichen Antworten jeder macht seine eigene Vorstellung die wissen gar nicht wirklich was die Religion genau beinhaltet aber eben so viele Jugendliche die dachten oh jetzt haben wir etwas viel besseres gefunden als das Christentum als das Evangelium dann sein Buch Steppenwolf ein ganz schlimmes Drogenbuch es handelt von einem Mann der noch eine Reise macht durch Amerika und alle möglichen Drogen Eskapaden durch macht dieses Buch wurde in den 60er Jahren von Timothy Leary empfohlen den jungen Leuten das war ein Professor der so eine Leitfigur der 68er war in Kalifornien und er hat auch empfohlen dass man LSD nimmt um diesem Spießbürgerlichen entfliehen entgehen zu können und er hat als Tipp gegeben lest den Steppenwolf von Hermann Hesse von einem Mann der mit seinem eigenen Leben nicht zurecht kam und das soll der Lehrer der kommenden Generation sein und weiter ist noch zu erwähnen Jean-Jacques Rousseau aber jetzt gehen wir noch weiter zurück als Marx aber das ist auch ein ganz wichtiger Vater der Grünen 1712 bis 1778 er sagte auch am Anfang gab es einen Naturzustand das war ein Paradies und er sagte Natur ist etwas gleiche wie gut je mehr man in Harmonie mit der Natur lebt desto besser ist es und darum war für ihn quasi der Wilde das heißt der Stamm der Mann aus dem oder die Frau aus dem aus dem eingeborenen Stamm das war das Ideal das waren die wirklich fröhlichen freudigen und lebensbejahenden Menschen natürlich kannte er Stammeskulturen nicht wirklich man muss mal mit diesen Leuten sprechen unter welchen Ängsten die leben vor Geistern vor Dämonen vor bösen Seelen und so weiter das ganze Leben ist davon geprägt den glücklichen Willen gibt es gar nicht aber er hat das so dargestellt und er hat das zwar selber nie so gesagt aber der Spruch drückt genau seine Philosophie aus zurück zur Natur das ist der Wahlspruch der Grünen das entspricht ganz Rousseau und Rousseau sagte der Mensch ist von Natur aus gut und er hat auch viel geschrieben über Erziehung und über Pädagogik und genau erklärt wie man Kinder erziehen soll während er seine eigenen Kinder ins Findelhaus abgab das ist wirklich so der Mann hat seine Kinder ins Heim gegeben und hat anderen erklärt wie man Kinder erziehen soll das das geht gar nicht ja das erinnert mich so ganz an Sexualpädagogen heute die sagen wie man die Kinder auch aufklären und wie man sie auf diesem Gebiet anleiten soll und wenn man sie fragt haben sie auch mal ein paar Kinder aufgezogen selber ja wissen sie was das heißt die ganzen Entwicklungen aber nicht nur so ein paar Stunden mit den jungen Leuten erleben sondern 24 Stunden gewissermaßen etwas ganz anderes nun weiter ist jetzt zu erwähnen nebst diesen marxistischen neomarxistischen Wurzeln als Grundlage der Grünen die Natur Esoterik der Grünen viele unter den Grünen sind Esoteriker die die Erde betrachten als eine Göttin und ihr den alten Namen der alten Griechen wiedergeben Gaia das war die Göttin Erde also die Natur wird gesehen als etwas Belebtes etwas Spirituelles und daraus entsteht dann eben diese Natur Verehrung Achtung vor der Natur um sie nicht zu zerstören ist etwas anderes als Natur Verehren nun die Bibel sagt die Verehrung der Natur ist Götzendienst in Römer 1 Vers 25 lesen wir von den Menschen welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer welcher gepriesen ist in Ewigkeit Amen die grünen Ideologie spricht nur von der Natur aber nicht von dem von dem der die Natur gemacht hat sie sprechen gewissermaßen von der Schöpfung aber nicht vom Schöpfer und diese Abkopplung erklärt warum man dann eben beginnt die Schöpfung zu verehren anstatt den Schöpfer und das ist Götzendienst und diese ganze Naturmystik ist natürlich etwas völlig wider Wissenschaftliches wenn man einen Stein als etwas Lebendiges sieht wir sagen also aus wissenschaftlicher Sicht ist der Stein wirklich tot und übrigens auch aus gesundem Menschenverstand muss man gar nicht wissenschaftlich sein ist er tot und das ist nicht Leben aber wenn in allem Kräfte und Leben zugeschrieben wird dann ist das eben völlig unwissenschaftlich unwissenschaftlich ich betone das weil diese Partei so betont dass sie sehr wissenschaftlich sei und viel wissenschaftlicher als eben die die ihre Ideologie nicht teilen nachdem wir das Problem der Natur Verehrung betrachtet haben was nach der Bibel Götzendienst ist übrigens auch dann wenn ein Biologie sagt schaut mal diese Blumen an und schaut mal diese Funktion hier dieser Kelchblätter wie die Natur das alles wunderbar ausgestattet hat wie die Natur hat das ausgestattet die Natur kann überhaupt nicht denken die Natur kann nichts planen die Natur kann nichts kann kein Design entwickeln das ist nicht in der Natur drin enthalten und da wird der Natur das zugeschrieben durch einen Lehrer was nur Gott kann und das ist ganz konkret Götzendienst wenn man die die Herrlichkeit Weisheit und Einsicht des Schöpfers der Natur zuschreibt anstatt dem Schöpfer und darum ist natürlich die Evolutionslehre eine ganz wesentliche Basis überhaupt dieser Ideologie die letztlich die Natur zu einer Göttin die Erde zu einer Göttin macht die Natur zu Göttern macht ein weiterer Punkt wie wir gesehen haben die Sexualisierung ist für die Grünen ganz wichtig eine ganz wichtige Waffe aber da lässt Herbert Marcuse einfach grüßen das ist alles Ideologie um eben Pläne mit unserer Gesellschaft durchzuführen die nicht zum Guten sind von uns aber die den Absichten der Programmmacher entspricht und das Ziel der Grünen ist die Auflösung der biblischen Sexualmoral Auflösung von Familie und Ehe sie kämpfen gegen das was sich als gut bewährt hat wenn man es nach der Anweisung nach der Gebrauchsanweisung des Schöpfers auslebt natürlich kann eine Ehe etwas ganz Schlimmes sein aber das ist nicht das Problem der Ehe sondern das Problem dass man die Gebrauchsanweisung nicht gelesen und befolgt hat wenn man ein Mikrowellen Apparat kauft muss man sich daran halten und kann nicht sagen der gehört mir ich mache was ich will und ich trockne meinen Chihuahua darin das kommt nicht gut heraus und das ist entgegen der Gebrauchsanleitung und so ist es auch wenn man die Ehe eben missbraucht und nicht so auslebt wie der Schöpfer es in seinem Wort beschrieben hat ja dann kommt es nicht gut raus aber wenn man die Grundsätze der Bibel beachtet dann gibt es glückliche Ehen fröhliche Familien und stabile Familien und Kinder die sich wirklich eben umgeben und gesichert mit Rückendeckung so unterstützt wissen und unterstützt fühlen und sich gesund normal entwickeln können nun in 1. Mose 1 Vers 27 im Schöpfungsbericht lesen wir und Gott schuf den Menschen in seinem Bild im Bild Gottes schuf er ihn Mann und Frau schuf er sie ganz wörtlich steht im Hebräischen hier nicht Isch und Ischah Mann und Frau sondern Zachar und Nekewah und das heißt männlich und weiblich das betont noch mehr das biologische Geschlecht Gott hat den Menschen am Anfang erschaffen und zwar in dieser zweipolaren Beziehung Mann der männlich ist biologisch und Frau die weiblich ist biologisch und das wollen die Grünen auflösen in dem Gender Wahn der heute der ganzen Welt aufgedrückt wird und da arbeitet die UNO mit die EU und so weiter und die lokalen Regierungen machen hier mit und dabei ist es so etwas Verrücktes wenn man sagt nein das Geschlecht das ist sozial bedingt eben man gibt dem jungen Autos zum spielen und dann wird er halt eben so ein Macho und eben man gibt dem Mädchen Puppen und dann wird es eben so weiblich ja das ist eine Verachtung des Weiblichen was ich jetzt gemacht habe das geht gar nicht das ist ja gerade nicht die Achtung der Frau und der Weiblichkeit und andererseits wenn man den Mann einfach sieht als diesen Muskelprotz mit engem T-Shirt und kurzen Ärmeln oder gar keinen Ärmeln um die Muskeln zu zeigen ja der Mann umfasst mehr als das und es ist eine Verachtung dessen was eigentlich wahre Männlichkeit ist nun im Gender Wahn wird gesagt ein Junge muss sich selber entscheiden ob er später eine Frau oder ein Mann sein will das soziale Geschlecht wofür er sich entscheidet muss nicht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmen wieso nicht ja es gibt Leute die sagen wirklich ich bin zwar biologisch ein Mann aber ich fühle mich als Frau und das müsste man respektieren und achten und das zeigt dass es eine viel größere Vielfalt an Geschlechtern gibt als man bisher gemeint hat bisher gemeint hat ja die ganze menschheitsgeschichte hat das anders gesehen das ist ein unglaublicher Hochmut wenn man jetzt behauptet 2019 mit dieser Gender Ideologie haben wir die Wahrheit entdeckt und alle Völker die ganze Menschheit die überzeugt war das ist anders die hat sich geirrt das ist unglaublich und die die heute dagegen sprechen die müssen nur darauf warten bis sie mundtot gemacht werden das hat fühlen fühlen als Tiere das ist eine bekannte Krankheit in der Psychiatrie Boantropie da ist einer der ist überzeugt er ist ein Vogel und darum will er auch auf dem Baum übernachten und es gibt das auch was eigentlich das Wort Boantropie bedeutet Boa Bo heißt eigentlich Ochse also ein Mensch der sich als Ochse fühlt und der macht dann ständig ja er macht diese Tierlaute weil er fühlt sich als Kuh und wir haben ein Beispiel von Boantropie in der Bibel Daniel 4 Nebukadnezar wurde wahnsinnig und hat dann wirklich sieben Jahre lang gelebt wie ein Tier und hat auch Gras gefressen nachher wurde wieder gesund der Verstand kam zurück nur ich will sagen da kann also einer sagen ich fühle mich eben in meinem menschlichen Körper nicht als Mensch sondern ich fühle mich als Vogel na gut dann müssen wir das Ganze noch mehr erweitern nicht nur diese verschiedenen sozialen Geschlechter sondern müssen wir auch einführen dass man im Pass einschreiben kann Ochse oder Vogel ja und jetzt merkt man wohin man kommt wenn man Gefühle von Minderheiten nimmt ohne zu klären woher kommt das eigentlich was sind die Faktoren wie hat das Familienleben ausgesehen die Erziehung und so weiter warum diese Verunsicherung wenn man die Biografien dann anschaut dann versteht man schon aber eben das wird außer acht gelassen ja gut dann müsste man das aber auch so ausweiten dass man eben Poantropie eben auch als berechtigte Variante mit einschließt und ich habe jetzt nur ein Beispiel gegeben es gibt noch ein paar weitere Beispiele in der Psychiatrie die sich dazu eignen würden ja ich meine wenn einer Stimmen hört die anderen hören die Stimmen nicht ich höre ganz klar da spricht da spricht da die Stimme ich höre nichts ja gut er hört das nicht aber das sind auch Varianten die man eben nicht als 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 Therapie notwendige Zustände anschauen darf warum sage ich das jetzt kommt ja immer mehr auch der Druck gerade auch über die Grünen man darf Homosexualität nicht therapieren also wenn jemand der diese Neigung bei sich feststellt sich sagt nein ich möchte nicht so leben dann kann er sich doch selber entscheiden nein er darf sich nicht selber entscheiden man muss das verbieten das ist heute in der Politik wirklich vorangetrieben man darf ihn nicht therapieren er darf das nicht ändern das ist aber Freiheit mehr Demokratie mehr Menschlichkeit ja und ach so gut dann könnte man sagen aber wenn jemand Stimmen hört dann darf man auch nicht therapieren das ist einfach eine Variante die man so stehen lassen muss ja und wenn eben einer sich als Vogel fühlt dann darf man ihn auch nicht therapieren ja man könnte ihn vielleicht schon noch am Schluss dazu bringen dass er überzeugt wieder ein fröhlicher Mensch wird also wird er ist es immer noch aber dass er sich auch wieder als Mensch fühlt ja da hat niemand etwas dagegen nicht wahr und da sieht man wieder die Unlogik in der ganzen Argumentation es geht nicht um die Wahrheit sondern es geht um ganz bestimmte ideologische politische Ziele die man verfolgt aber das Ganze ist eben dramatisch weil es letztlich eine Auflehnung ist gegen Gott selbst nicht wahr es ist ein Bruch aller zehn Gebote was wir hier gesehen haben das erste Gebot sagt keine anderen Götter und das zweite keine Verehrung von Materie von einem Bild zum Beispiel ja aber genau das finden wir in der Ideologie der Grünen die Natur wird vergöttert und die Materie wird vergöttert aber der wahre ewige Gott wird völlig ausgeklammert und dadurch wird auch das dritte Gebot gebrochen den Namen Gottes nicht entehren aber genau das wird getan sobald man Gott hier in dieses ganze Thema hineinbringt muss man mal ausprobieren in einer öffentlichen politischen Diskussion mit den Grünen dann wird man erleben dass der Name Gottes entehrt wird und das vierte Gebot der Schabbat dass Gott vorschreibt dass ein Tag eine besondere Bedeutung hat im Neuen Testament der Tag des Herrn das ist alles auch in der Politik der Grünen ohne Bedeutung auch das soll abgeschafft werden Ehre Vater und Mutter ja indem man so gegen die Familie kämpft und gegen die Ehe bricht man dieses Gebot indem man einführt Älter Eins und Älter Zwei das ist genau der Bruch dieses Gebots hier steht nicht Ehre Älter Eins und Älter Zwei Beziehungsweise Älter Zwei und Älter Eins Wer ist jetzt Älter Eins Die biologisch Frau oder ja merkt man das Ganze ist so unlogisch die wollen alles auf die gleiche Ebene tun es gibt nichts einer der über dem anderen steht aber Älter Eins und Älter Zwei ist ja bereits eine Hierarchie Älter Eins hat den Vorrang und dann kommt noch Älter Zwei also wer ist Älter Eins und Älter Zwei nein aber es steht Ehre Vater und das ist das männliche das auch biologisch männliche und Mutter und das ist auch das biologisch weibliche in der Führung der Familie und dann das sechste Gebot du sollst nicht töten ja und was ist mit mit der Abtreibung da haben wir ein echtes Problem mit dem sechsten Gebot nicht nur ein echtes Problem ein furchtbares Problem und weiter du sollst nicht Ehe brechen aber die Grünen fordern die völlige Auflösung der Sexualmoral aber das ist ein offensichtlich und klarer Bruch des siebten Gebotes das ganz klare Vorgaben gibt wo die Sexualität ausgelebt werden soll nämlich nur im Rahmen der Ehe und zwar von Mann und Frau und zwar von biologisch Mann und biologisch Frau du sollst nicht stehlen ja die ganze Idee des Marxismus dahinter ist eigentlich ein Angriff auf das Privateigentum ich weiß schon die alten Sozialisten haben gesagt Eigentum ist Diebstahl das ist eine ungehörige Aussage die Bibel schützt aber im Kontrast dazu das Privateigentum Gott will Privateigentum und darum sagt die Bibel du sollst nicht stehlen natürlich die Bibel kritisiert und mit welcher Stärke Geldliebe Geldgier und eben auch die nicht Bereitschaft zu teilen und so weiter das wird in der Bibel verurteilt aber Gott schützt auf der anderen Seite dass wir ein privates Eigentum haben wo wir darüber verfügen und nicht der andere aber gerade in diesen linken Ideologien dazu gehört eben auch die Ideologie der Grünen da will man den Besitz umverteilen man will das was gewissen Leuten gehört nehmen und es anders verteilen aber das ist ihre Sache wenn das ihr Besitz ist dann müssen sie in ihrer Verantwortung entscheiden das gebe ich da das da aber nicht indem sie gezwungen werden man nimmt es ihnen einfach weg und da hat der Marxismus und Neomarxismus ein riesen Problem mit dem achten Gebot aber auch du sollst nicht falsches Zeugnis reden wir kommen gleich auf das Thema Klimawandel all diese Dinge die einfach verbreitet worden sind ohne dass es der Wahrheit entspricht das ist ein Bruch mit dem neunten Gebot und dann das zehnte Gebot du sollst nicht begehren das hängt zusammen mit dem achten Gebot nicht nur nicht wegnehmen sondern auch nicht das was die Reichen haben für sich begehren und wir merken die stärkste Waffe die die Grünen heute führen das ist die Waffe mit dem Klimawandel ich habe verschiedene Waffen aufgezählt aber das was eben diesen jüngsten Riesenerfolg der Grünen und wohl auch baldigen nächsten Erfolg der Grünen erklärt das ist die Sache mit dem Klimawandel die Behauptung der Mensch sei schuld dass das Klima sich wandelt und die Erde immer wärmer wird im Durchschnitt und das alles zu einer Katastrophe führe der Mensch sei schuld mit der Produktion von CO2 oder dem Ausstoß von CO2 und jetzt gilt es die Welt zu retten und zwar indem die Leute bezahlen Oh das erinnert an das Mittelalter da hat man auch bezahlt für die Rettung das waren Ablassbriefe und heute sind CO2 Zertifikate das ist wirklich die Kopie des Ablasshandels im Mittelalter aber einfach jetzt säkularisiert für die moderne Welt gemacht um die Welt zu retten und wehe wer jetzt nicht mitmacht der verhindert dass die Welt gerettet werden kann nun Klimawandel ich stelle mir vor ich werde jetzt interviewt erste Frage leugnen sie den Klimawandel nein ich leugne nicht den Klimawandel ich glaube an den Klimawandel das Klima hat sich nämlich durch die ganze Geschichte der Erde hindurch gewandelt immer es hat nie das Klima gegeben sondern es hat immer Klimawandel gegeben also ich leugne nicht Klimawandel sondern ich bin überzeugt dass es immer Klimawandel gegeben hat und so hatten wir auch eben in den vergangenen 2000 Jahren in Europa Zeiten wo es viel kühler geworden war es gab Zeiten wo es viel wärmer war nicht war wo man noch Bilder sieht von Alp Übergängen Schneefrei wo heute immer Schnee ist ja also Klimawandel hat es immer gegeben ich leugne keinen Klimawandel die Frage war jetzt nicht so ganz glücklich von dem Journalisten leugnen sie den Klimawandel müsste mich doch besser treffen glauben sie dass der menschen gemachte co2 ausstoß schuld ist an dem Klimawandel nein das glaube ich nicht und zwar weil die ganze sache viel komplizierter ist das hat ja mit wissenschaft nichts zu tun wenn man etwas das so komplex ist wie klima auf einen faktor zurück verfolgen will ja da gibt es ja zum Beispiel auch den co2 ausstoß der vulkane und der ist gigantisch ja gut jetzt müsste man alle alle vulkane mal ein bisschen verstopfen und stoppen ja das geht nicht darum wird auch nicht davon gesprochen aber es wird fokussiert auf auf co2 des menschen und das ist ein riesen fehler gerade im letzten faktum 7 2019 gab es einen guten kurzen artikel von thomas lachenmeyer die zeit der säkularen wahrsager und da wird darauf hingewiesen dass diese berühmte wissenschaftszeitschrift nature ist eine der bekanntesten wissenschaftszeitschriften die hat jetzt eine studie veröffentlicht von einem britisch russischen forscherteam das historische analyse durchführte über klimazyklen in der vergangenheit und die kommen zum schluss dass jetzt wieder ein zyklus bevorsteht wo die erde sich abkühlt für die nächsten 350 bis 400 jahre schreiben die und sie sagen das hängt zusammen mit dem wandel der sonnenflecken ah sonnenflecken das wurde von dem journalist mich jetzt auch nicht gefragt glauben sie an den einfluss der sonnenflecken und des sonnenzyklus auf das klima das wäre ein weiterer faktor ja da bin ich überzeugt dass das mit eine rolle spielt aber auch nicht das einzige nun das sagen die zyklus sonnenflecken dann das zyklische taumeln der erde um die sonne und das hängt mit der neigung veränderlichen neigung der erdachse zusammen warum erwähne ich das einfach um zu zeigen es stimmt nicht dass die wissenschaftliche welt einfach einstimmig ist für die erklärung klimawandel durch menschen gemachten co2 ausstoß das ist nicht eine einheit und es gibt ganz führende wissenschaftler die haben wieder ganz andere ideen ich sage nicht die haben recht aber ich will zeigen das stimmt gar nicht immer wird suggeriert und das ist falsches zeugnis ablegen als sei da unter der elite eine totale einheit vorhanden und dann wird in dem artikel noch erwähnt der atmosphären physiker richard linzen der war 30 jahre lang professor für meteorologie und zwar in der abteilung für erdatmosphären und planetenwissenschaft und zwar nicht irgendwo sondern am mit massachusetts institute for technology das ist so die eth in amerika ja und er ist also einer von vielen ganz bekannten herausstehenden wissenschaftlern die die mediale klimahysterie von heute kritisieren und er sagt es gibt eine vielzahl von faktoren eben wie bahnvariation des erdlaufs die neigung der erdachse und dann noch weitere kosmische faktoren aber auch wolken die ozeane und so weiter und er sagt mit der bescheidenheit eines herausstehenden wissenschaftlers nichts davon ist vollständig verstanden und jetzt ist es so wenn leute uns sagen klimawandel das ist wissenschaft und wer eben diesen menschen gemachten co2 ausstoß als ursache des klimawandels leugnet das ist einer der eben auf der seite der unwissenschaftlichen steht muss man sagen woher kommt das dass es wissenschaftler gibt auf dieser seite und wissenschaftler auf der seite in der wissenschaft ist doch alles so eindeutig klar definiert ja so das ist ein papier mit einem gewissen gewicht jetzt kann man messen wie hoch das hier ist und dann lasse ich das fallen und man kann messen wie lange es gegangen ist bis es unten auf dem boden war und jetzt kann man das experiment sagen wir 10.000 mal wiederholen und messen und dann kriegt man so eine möglichst genaue mittlere zeit gemessene zeit und damit kann man berechnen die erdanziehung und man kann die beschleunigung berechnen beim freien fall und das gibt ganz klare berechnungen eindeutig und da sind sich alle wissenschaftler vollkommen einig warum sind sie sich denn beim klimawandel nicht einig weil das eben nicht eine einfache wissenschaftliche sache ist wo ein experiment gemacht wird und man kann genau beobachten und das resultat feststellen sondern hier geht es um ein ganz komplexes phänomen wo ganz viele faktoren miteinander zusammenhängen und dann ist es in der wissenschaft üblicherweise so dass man nicht mehr sagen kann und jetzt ist bewiesen das sondern dann beginnt es dass es notwendig wird zu interpretieren es scheint wenn man all diese faktoren berücksichtigt und vielleicht hat man dann immer noch nicht alle faktoren berücksichtigt dass das und das eben zu diesem schluss führt aber nicht absolut führt da gibt es eine ungewissheit weil das ganze zu komplex ist das ist üblich so in der naturwissenschaft und dann spielt zum beispiel auch die statistik eine wichtige rolle aber man kann nicht mehr sagen jetzt ist es eindeutig bewiesen weil es zu komplex ist und das wird hier nicht verstanden aber gerade das haben wir hier das klima ist dermaßen komplex und wie dieser führende wissenschaftler sagt dieser professor lenzen viele dinge sind gar noch nicht verstanden und darum ist da soll man bescheiden sein und sagen es ist nicht bewiesen und dann könnte man so weiterfahren mit herausstehenden leuten zum beispiel auch der physik nobelpreisträger iwa geever wird hier zitiert und der sieht das auch völlig anders aber der nobelpreisträger wirklich einer der ganz führenden naturwissenschaftler der das anders sieht und darum merkt man es wird eine solche hysterie entwickelt mit diesem klima und co2 dass man merkt da geht es um etwas ganz anderes wir haben eine agenda und zwar haben die gemerkt mit diesem thema klimawandel kann man nicht nur eine nation nicht nur europa sondern die ganze welt einen zu einem kampf wo man schließlich bereit ist geld zu geben in riesen mengen und so ist das ziel der marxisten umverteilung der güter möglich das ist ein trick und diesen trick muss man durchschauen und da muss man sagen also das geht überhaupt nicht was hier gemacht wird das ist unwissenschaftlich in der argumentation aber eben es geht um die rettung der welt ja und aber man sieht doch wie naturkatastrophen zunehmen und zwar massiv ja aber das wussten wir schon längst das haben wir Christen schon immer gesagt in der endzeit wird es zu ganz massiven katastrophen kommen und hier haben wir eine grafik der uno über katastrophen von vom jahr 1900 bis 2000 und sieht man die kurve wie die steigt ja aber da sind auch erdbeben drin und die haben ja mit dem co2 unserer autos nichts zu tun und trotzdem es nimmt zu und zwar ganz drastisch aber das ist nicht der co2 ausstoß der einfach das erklärt das sind ja endzeitzeichen in allen möglichen bereichen und der jesus sagt ja in der endzeitrede in lukas 21 11 voraus und es werden große erdbeben sein an verschiedenen orten und hungersnöte und seuchen auch schreckensereignisse in den parallelstellen matthäus 24 vergleicht der jesus diese endzeitzeichen mit wehen und wir wissen wehen die kommen nicht einmal und dann ist das kind da sondern die kommen und die kommen wieder und die kommen wieder und sie werden in der tendenz immer stärker also so wie übertrieben die kurve hier von der uno und genau das geschieht heute und nach der bibel leben wir heute in der endzeit ja was endzeit haben wir schon immer gesagt da war endzeit nein man muss aber schauen was die bibel sagt über die endzeit die endzeit ist die zeit in die in der das jüdische volk aus der ganzen welt heimkehrt ins land der vorfahren und den staat wieder gründet das ist erst in unserer zeit geschehen 1948 wurde der staat israel nach fast 2000 jahren unterbruch wieder gegründet und millionen von juden sind aus aller welt heimgekehrt und in dieser zeit sollte die wüste wieder aufblühen und auch das geschieht in israel heute und es ist so in der endzeitrede des herrn jesus über diese katastrophen da erwähnt er mehr als 20 endzeit zeichen und die können wir heute als erfüllt vorstellen auf einem livestream kann man das nachhören ein vortrag den ich gehalten habe zu dem thema und das zeigt natürlich leben wir in einer zeit wo man aufwachen sollte und sich überlegen soll was bedeutet das diese zunahme aber das geht weit über das mit dem klima hinaus und übrigens erwärmung offenbarung 16 aber das ist noch zukünftig ich war die offenbarung behandelt auch die endzeit in der wir schon leben aber den letzten abschnitt davon also insbesondere die sieben letzten jahre bevor jesus christus dann wieder kommt und dann die grüne zukunft und diese sieben letzten jahre die sind noch zukünftig und die werden in der offenbarung beschrieben aber ich lese aus offenbarung 16 vers 8 und der vierte engel goss seine schale aus auf die sonne und es wurde ihr gegeben die menschen mit feuer zu versengen und die menschen wurden von großer hitze versenkt und lästerten den namen gottes der über diese plagen gewalt hat und taten nicht buße ihm ehre zu geben ja wenn das nicht klimawandel ist ja aber nicht wegen co2 sondern durch diese katastrophen und diese zunahme von katastrophen in der zeit in der das jüdische volk heimkehrt und das war früher niederfallen wenn Leute gesagt haben jahrtausend jetzt ist endzeit das war einfach weil es das jahrtausend war und die bibel von einem tausendjährigen friedensreich spricht aber das tausendjährige friedensreich ist in der bibel erst wenn jesus christus wiederkommt das war also nicht von seinem ersten kommen bis zum jahrtausend das ist ja wirklich oberschwach ja aber ich habe ein buch geschrieben leben wir wirklich in der endzeit 180 erfüllte prophezeiungen und da zeige ich wie 180 prophezeiungen aus der bibel über die endzeit in unserer zeit bereits erfüllt sind ja und jetzt geht es wirklich um die rettung unseres planeten aber nicht wegen co2 des menschen sonst geht um viel mehr und darum es ist so tragisch die ganze grüne welle lenkt den blick der menschen in die falsche richtung sie meinen sie können sich selber retten mit geld das war die meinung der katholischen kirche mit geld kann man retten aber das wurde durch die reformatoren als irrtum entlarvt indem sie gezeigt haben die bibel zeigt der mensch kann durch eigene werke sich nicht retten er braucht jesus christus als den retter und so können wir diese welt nicht retten aber die grüne welle wendet den blick ab auf diese natur und auf uns die wir die natur retten könnten anstatt dass unser blick gerichtet wird auf den schöpfer der natur mit dem wir frieden brauchen dort liegt das problem wir brauchen frieden mit gott und wie ist das möglich das möchte ich zum schluss zeigen in sechs punkten wir müssen zuerst realisieren dass gott wirklich existiert der schöpfer die natur die kann nichts schaffen die ist da aber sie kann nichts schaffen aber die biblische beginnt mit im anfang schuf gott den himmel und die erde und dieser gott der die natur und all diese ordnung in der natur gemacht hat dieser gott ist da und all die wunder der natur die durch zufall gar nicht entstehen können die machen klar gott existiert aber zweitens müssen wir uns im klaren sein dieser gott ist heilig vollkommen gerecht also nicht ein gott der sagt mehr gerechtigkeit sondern seine gerechtigkeit ist absolut gerecht in jeder hinsicht 1 johannes 1 vers 5 steht und dies ist die botschaft die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen dass gott licht ist und gar keine finsternis in ihm ist also gott kann nicht bestochen werden es es gibt keinen geringsten bereich von finsternis in ihm aber im kontrast dazu müssen wir feststellen wir der mensch ist schuldig denn diese gerechtigkeit die finden wir bei uns eben nicht aber das ist das problem der grünen es ist das problem des orthodoxen judentums im römerbrief erklärt der apostel paulus sie haben versucht ihre eigene gerechtigkeit aufzubauen die der gerechtigkeit gottes widerstreitet und die grünen reden von mehr gerechtigkeit aber es ist eine gerechtigkeit die sie selber aufgebaut haben und sie selber setzen den standard was ist gerecht gender gerecht ja und so weiter gerecht aber es ist eine erfundene eigene gerechtigkeit die der gerechtigkeit gottes widerspricht aber wir müssen zugeben wir sind schuldig denn wir haben die absoluten gebote gottes die seine gerechtigkeit ausdrücken haben wir alle gebrochen wir alle haben die gebote gottes gebrochen römer 3 23 sagt es ist kein unterschied unter der gesamten menschheit alle haben gesündigt natürlich gewisse sind kriminelle und andere sind gute bürger aber es steht hier es ist kein unterschied alle haben gesündigt ob sie kriminell sind oder gute bürger und das ist der punkt die bibel macht klar unsere schuld trennt uns von gott und darum haben wir von natur aus keinen frieden mit gott aber das ist natürlich demütigend und darum die ideologie der grünen wir können etwas tun um die welt zu retten das das spricht gerade unseren natürlichen hochmut an etwas selber und sich dann über die leistung rühmen zu können das ist eine neu ausführung der katholischen lehre der werksgerechtigkeit also nicht nur der zertifikatshandel und der ablasshandel hat parallelen es gibt noch mehr parallelen und genauso wie man wegkommen muss in der reformation von dieser meinung man könne sich selber retten und sogar noch mit geld müssen wir heute von dem wegkommen wir sind schuldig aber was können wir tun die frage ist problematisch wir müssen feststellen in römer 3 23 heißt es weiter alle menschen haben gesündigt und erreichen nicht die herrlichkeit gottes wir können uns bemühen wie wir wollen da spenden dort etwas gutes machen dieser alten frau über die straße helfen ist alles gut also wenn die sache wirklich gut ist mit dem spenden die unterstützt wird okay aber das rettet uns nicht das bringt uns gott nicht näher kein millimeter also wir erreichen gottes herrlichkeit nicht durch eigene leistung und auch nicht durch klimahysterie und durch das ausgeben von milliarden die eigentlich am schluss zerstörtes geld sind aber wir brauchen hilfe und zwar von oben weil wir nicht zu gott kommen konnten kam gott zu uns jesus christus wurde mensch er sagte ich bin der weg ich bin der weg die wahrheit und das leben niemand kommt zum vater als nur durch mich er war bereit unsere fremde schuld für ihn fremde schuld auf sich zu nehmen und am kreuz sich bestrafen zu lassen damit wir diese strafe nicht in ewigkeit tragen müssen und nun der sechste punkt ich muss mich bekehren das lehrt die bibel hezekiel 33 11 kehrt um sagt gott kehrt um kehrt um von euren bösen wegen so eindringlich werden wir von gott aufgerufen unsere persönliche schuld im gebet gott aufzudecken schonungslos was wir noch wissen vor kurzem hat mir eine frau gesagt sie hätte eine liste gemacht auf einem papier es wurde ziemlich lang und da hat sie alles aufgelistet was ihr in den sinn kam in ihrem vergangenen leben ich weiß nicht ob ich das richtig gemacht habe wieso wieso nicht richtig das war ganz gut nicht wahr ich sage nicht das muss man so machen aber das das war eine eine wirkliche hilfe und die hat wirklich das was sie da aufgeschrieben hat hat sie so vor gott gebracht und um vergebung gebetet und auch geglaubt dass jesus christus die ewige strafe getragen hat am kreuz und dann hat sie sicherheit des heils bekommen also das ist dieser sechste punkt und diese ganze klimahysterie lenkt den blick der masse in die falsche richtung und damit sie eben nicht sehen das wichtigste ist frieden mit gott und apostel paulus schreibt dann in römer 5 vers 1 da wir nun gerechtfertigt worden sind durch glauben haben wir frieden mit gott durch unseren herrn jesus christus also frieden mit diesem gott der auch das problem der katastrophen die in der endzeit zunehmen müssen und zwar aus ganz verschiedenen gründen nicht nur aus einem grund aus ganz verschiedenen gründen dieser gott der uns durch diese zeichen aufwecken will diesem gott müssen wir uns anvertrauen und nur er kann unseren planeten retten und es wird eine grüne zukunft geben aber nur für die die sich dem friedensfürsten jesus christus unterstellen die werden sehen wie die wüste aufblüht und dieses grün wie das grün nach dem regen ein morgen ohne wolken das grün 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 das grün